Sie hören einen der beliebtesten Film- und Radiostars Amerikas. Und hier sehen Sie ihn in Fleisch und Blut, in einem der spannendsten Abenteuerfilme der letzten Jahre, der Löwe von Arizona, von Monroe und die reizende Joan Leslie. Was sind Sie, ein Mann oder ein kleiner Junge? Sind Sie Gefängniswärterin? Und den großen Charakterdarsteller Edgar Buchanan und Victor Jody. Es tut mir leid, meine Herrschaften, aber hier trennen sich unsere Wege. Hüah! Henry Morgan und die temperamentvolle Jean Parker. Die Girards kennen keine Mausezeichen. Sie haben einen Mann, der Sie lesen kann. Wer ist der Mann? Sie sollten es wissen. Seine Frau lebt in Ihrem Haus. Der Löwe von Arizona ist ein packendes Abenteuer aus dem wilden Westen, wo das Gesetz im Kampf mit einer Bande gewissenloser Verbrecher steht. Leidenschaft und Liebe werden beinahe dem Mann zum Verhängnis, der die Verbrecher jagt und schließlich selbst der Gejagte ist. Steigen Sie ein. Der spannendste Fehl des Jahres!